Ja, wir stehen hier vor dem Gebauer in Göppingen und es hat einen Grund, die Mannschaft darf nicht mehr raus und da ich verletzt bin, darf ich noch raus einkaufen und sehr gerne kaufe ich natürlich für meine Jungs ein. Sie haben mir eine Einkaufsliste geschickt und somit startet jetzt langsam der Teilinger Lieferservice. Abfahrt! Ich denke für Basti nehmen wir auch den großen Zalat, dann schrumpft mal seinen Bizeps. Klare Ansage, mit Käse kann ich gar nichts anfangen. Ja, dann nehmen wir mal Scheibenkäse, würde ich mal behaupten. Auf dahin! Tortellini, Honig und Schafskäse. Basti, ich muss dich enttäuschen, Tortellini mit Honig und Schafskäse gibt es nicht. Was ist das für eine Kombination? Ja, solltest du vielleicht selbst machen und dann kannst du mich mal, wenn ich wieder kommen darf, kannst du mich mal machen. Dankeschön! Oder als kleines Dankeschön für mich. Ab an die Kasse! Ah, das ist ja. Ah, das ist ja. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, ich habe meine Rundfahrt jetzt beendet. Ich hoffe, meine Mannschaftskollegen sind zufrieden und auch versorgt. Falls Ihnen das Essen oder die Getränke ausgehen, können Sie online bei Gebauer bestellen und das Ganze wird ausgeliefert. Das ist wahrscheinlich in diesen Tagen ein super Dienst oder ein Service von Gebauer. Und ja, vielleicht schauen Sie mal vorbei und versuchen das. Schöne Feiertage.